Warte mal, die würde ich mir noch mal ausleihen hier, glaube ich. Moin Lacken-Daddy, kannst du bitte Mädchen wegtreten? Hey! Und raus! Scheiß, du Scheißvieh. Entschuldige dich. Seine Haarsicht hat einfach Grün bei 7 vs. Weta. Warte mal, die würde ich mir noch mal ausleihen hier, glaube ich. Boah, Michael, die wurde schon mal so benutzt. Ja, von dir bestimmt. Ey, was denkst du, warum die da so kaputt gegangen ist? Ich weiß nicht, was es ist, wenn ich die so halte. Ich fände es unfassbar lustig, wenn es so eine Waffe wäre. Und man könnte so aus der schießen, irgendwie. Okay, lass gehen. Ja, okay. Checkt ihr das? Stellt euch vor, es wäre so ein AK-47. Ich dachte, es wäre so ein Laser-Tag, aber jeder hat eine Kuh. Und dann wäre so... Und dann kommt zwar einer vorbei. Auch mal kurz äußern. Was kann man denn? Wir hören als erste Nachricht auf den Weg schreiben. Die Kuhle, der tut es um zwei süße Hunde. Digga, es wäre ultra sick. Sag ich ehrlich, es wäre krass. Sag ich ehrlich. Gib ein bisschen Gary-Mod-Vice. Ja, ja, voll, voll, voll. Und dann reißt du das Beine raus, um das Magazin nachzuladen. Wow, ist ja ultra krass. Ja, oh mein Gott, krass. Ihr checkt es nicht. Na ja, gut. Boah, das ist das perfekte Ende für dieses Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Alright, Bro. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Holy shit.